Hi zusammen! Schön, dass Sie wieder da sind. Also heute zeige ich euch, wie Sie mit Inscape ein Objekt drehen können. Wir öffnen eine neue Datei und dann kann ich euch einfach zeigen. Und zwar, unsere neue Seite ist schon da. Wir zeichnen zum Beispiel einen Kreis und dann kann ich euch beibringen, wie Sie drehen können. Also, unser Kreis ist schon da. Wir können die Farbe ändern, wie Sie schon wissen. Und wir haben auch die Möglichkeit, nochmal unseren Kreis größer zu machen. Oder wir haben die Möglichkeit, hier einfach anzustellen, wie wir wollen. Sie sehen schon, wir können zum Beispiel noch kleiner machen, noch größer machen, noch breiter machen. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und wenn Sie zum Beispiel das Objekt, also das Objekt ist, was Sie hier sehen, den Kreis, wenn Sie den Kreis drehen wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, hier oben also um 90 Grad einfach zu drehen. Oder Sie können zum Beispiel nochmal zurückdrehen oder Sie drehen einfach so, wie Sie einfach wollen. Also drehen haben Sie die Möglichkeit da oben. Und so können Sie hinten und hier drehen und die Farbe können Sie auch ändern, wie Sie wollen. Und wir können zum Beispiel weitere Objekte so einfach erstellen. Also wir zeichnen nochmal einen anderen Kreis und dann kann ich euch auch zeigen, die Kraft erhöhen, damit Sie besser sehen können. Und mit dem Werkzeug können Sie auswählen und einfach verschieben und genau positionieren, wie wir haben wollen. Und mit beiden Sachen können Sie zum Beispiel nochmal, entweder können Sie diesen größeren Kreis auch verdrehen, wie Sie sehen, Sie sehen schon. Oder Sie markieren diesen kleinen Kreis und dann wird einfach nur der kleine Kreis gedreht. Und Sie haben auch die Möglichkeit nochmal entweder das Objekt zu verstecken oder abzusenken, wie Sie jetzt sehen, als momentan ist der kleine Kreis ganz hinten und der große Kreis ist vorne. Und Sie haben auch die Möglichkeit nochmal rüber zu bringen. Und Sie können sie drehen und einfach das Objekt nochmal absenken oder anhängen. Also ich freue mich auch auf das Video mit euch geteilt zu haben und freue mich auch auf das nächste Video mit euch zu teilen.